Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal mit eurem Brock, meine geliebte Community. In dem heutigen Video möchten wir uns doch einfach mal die neuen T-Set zu Patch 10.2 angucken. Wer hat da nun das stärkere T-Set? Ist es der Waffenkrieger oder ist es halt auch der Furorkrieger? Und ja, da werfen wir nun mal gemeinsam hier einen Blick nämlich rein, denn die können wir uns hier nämlich schon auf dem Test-Tab angucken. Dann fangen wir direkt hier einmal mit dem Waffenkrieger an. Was haben wir hier? Ja, wenn wir einen 2er-Set-Bonus erreichen, dann haben wir folgende Fähigkeit dazu bekommen. Verwunden verursacht 30% mehr Schaden und hat eine Chance, plötzlicher Tod auszulösen. Ja, was können wir zum 2er-Set-Bonus sagen? Natürlich schon mal gar nicht so verkehrt. Wir haben hier im Mythic-Plus-Bereich, sofern wir Donnerknall auch einsetzen, wieder auf 5 Ziele verwunden drauf. Was natürlich sehr nice ist, dass wir dadurch natürlich 30% mehr Damage auf 5 Ziele machen. Des Weiteren sind wir natürlich immer noch mit unserem Bladestorm und Co. sind wir einfach AOE uncapped, was hier natürlich sehr, sehr strong ist. Im Single-Target ist das Ganze natürlich auch nicht zu verachten. Auch dort haben wir natürlich immer Fährwunden drauf, Tiefewunden drauf. Auch da hingegen macht natürlich dann unser Verwunden 30% mehr Damage und das ist eine Chance, plötzlich einen Tod auszulösen. Macht das Ganze hier gar nicht mal so verkehrt. Im AOE ist das Ganze dann in der Kombination mit weitreichenden Stößen natürlich sehr nice und im Single-Target natürlich einfach ganz normal. So, wenn plötzlich der Tod progt, können wir hier einfach ganz normal hinrichten, einfach einsetzen. Da muss man natürlich dann gucken, wie hoch ist denn diese Prog-Chance, wie oft Progt denn durchverwunden, hier einfach plötzlicher Tod. Ist es eher so, dass es gefühlt alle 10 Minuten einmal progt, progt es vielleicht alle Minute, progt es alle 30 Sekunden. Da müssen wir natürlich nochmal so ein bisschen dann einfach mal abwarten quasi, wie sich das dann, wenn es die Final-Version ist, nun rauskristallisiert. Ja, dann haben wir hier den 4er-Set-Bonus. Mein Englisch ist Not the Yellow from the Exor sozusagen. Ist halt noch hier auf Englisch der 4er-Set-Bonus vom Waffenkrieger. Sun-Death, also in dem Fall unser Tödli, unser Hinrichten-Progt sozusagen. Ja, make your next execute, powerful slam. Macht wahrscheinlich unseren nächsten Slam relativ stark und castet irgendwie, wenn ich das richtig sehe, Sun-A-Crap, also ein Donner-Kneim mit 100% mehr Damage und Hinrichten gibt. Mit dem Target, was wir getroffen haben, 50% Blutungs-Damage für über 5 Sekunden, over 5 seconds. Na, dem Target quasi, also 50% von dem, was wir an Damage mit Hinrichten machen sozusagen, bekommen wir nochmal das Blutungs-Dot. Das wirkt sich wahrscheinlich eher so ein bisschen im Single-Target aus, könnte aber hier natürlich auch gerade auf dem 2er-Set-Bonus dann natürlich sehr nice sein. Wenn wir das Ganze mit weitreichenden Stößen kombinieren und dort dann ordentlich kritten, dass dann einfach nochmal dieser Bleed-Damage vom Execute quasi natürlich ordentlich Damage macht. Na, das Ganze bleibt hier mal abzusehen. Wir haben uns hier schon das Furor-Set angeguckt, das Furor-Set ist relativ strong, muss man wieder sagen. Ja, wir werden die Skillung ändern, ich zeige euch auch gleich die Skillung, da müssen wir natürlich hier und da noch so ein bisschen gucken. Ja, das 2er-Set-Bonus, Odin Zone verursacht 50% mehr Schaden und eure nächsten 3 Einsätze von Blutdoss verursachen 150% zusätzlichen Schaden und habt eine um 100% erhöhte kritische Trefferschancen gegen das Hauptziel. Das ist einfach strong, weil gerade in der Kombination, das Ganze mit unserem Wutzustand natürlich, wo wir mehr Damage machen, das Ganze mit Wirbelwind kombiniert, sorgt natürlich auch einfach wieder dafür, dass wenn wir Odin Zorn einsetzen, wir schon so einen Direkt-AOE-Pump haben, dann auch noch Blutdoss direkt mit reinpumpen. Davon noch vorausgesetzt, dass wir dann auch dreimal hintereinander oder so sozusagen Blutdoss einsetzen können und die nächsten 3 Einsätze, sage ich nochmal, 150% zusätzlichen Schaden machen. Die kritische Trefferschancen auf unserem Hauptziel ist dann auch nochmal um 100% erhöht, heißt auch da setzen wir klaffende Wunde direkt drauf. Das ist schon meiner Meinung nach wahrscheinlich stronger als das 2er-Set vom Waffenkrieger. Wenn wir das jetzt mal so vergleichen einfach, wie oft kann ich Odins Zorn einsetzen im Gegensatz zu Dings. Wir haben jetzt hier unten Odins Zorn eine Abschließzeit von 45 Sekunden, dann geht der 4er-Set-Bonus gleich nämlich noch mit einher. Die kritischen Treffer von Blutdoss reduzieren die Abschließzeit von Odins Zorn um 2,5 Sekunden. Auch da reduzieren wir wieder die Abschließzeit, heißt ja, wir können wieder viel öfters Odins Zorn einsetzen, was natürlich schon enorm mächtig ist, muss man hier ganz, ganz klar sagen. Also meiner Meinung nach würde ich schon fast sagen, könnte hier das Furor-Kriegerset wieder den stärkeren Part machen. Es hat einen enormen Pump. Wir haben halt als Abends wieder so, wir haben halt 3, vielleicht einen längeren, ganz langen Fights, wo dann einfach auch verwunden schön lange ticken kann, kann ich mir vorstellen, können wir auch relativ was rausholen. Aber gerade so für diesen enorm Pump-Damage, muss man hier sagen, ist natürlich das Furor-Kriegerset, das 2er-Set-Bonus mit der Kombination mit dem 4er-Set-Bonus natürlich enorm mächtig einfach. Wir können einfach, wie gesagt, mit Blut-Doors, mit Wirbelwind 5 Ziele treffen, machen da 150% mehr Schaden drauf und kritten 100% auf dem Main-Target, wo wir dann in jedem Fall auch noch einmal sozusagen, ja, dann natürlich klaffende Wunde drauf machen, sofern wir das Ganze dann skillen. Da müssen wir natürlich im späteren Verlauf mal reingucken, weil wir haben das ja jetzt aktuell nur mitgenommen, weil wir durch das aktuelle T-Set die Möglichkeit ja haben, quasi 100% kritische Trefferschanze von Blut-Doors zu erreichen durch den 4er-Set-Bonus, das kann natürlich sich noch ändern. Ansonsten, ja, ganz klar, ne, dann wird Ansturm hier natürlich auf jeden Fall wegfallen, das ist natürlich klar wie Kloßbrühe, das brauchen wir denn nicht mehr. Da gehen wir dann rüber, packen uns natürlich Odins Zorn rein und dann haben wir hier einmal, wie gesagt, Titanische Wut, das nehmen wir mit für den Mythic-Plus-Content und dann werden wir hier Tanzende Klinge wieder, das Ganze nehmen wir dann wieder mit für den Raid-Content. Da natürlich müssen wir auch im späteren Verlauf dann natürlich gucken, weil Tanzende Klingen nehmen wir hier mit, wenn wir mehr Single-Target-Damage brauchen und wenn wir Titanische Wut mitnehmen, dann pumpen wir einfach nochmal im AOE, da muss man natürlich dann mal gucken, wie sind denn nun die einzelnen Boss-Encounter wieder, wie aktuell jetzt zum Beispiel im Arboros-Wade, mehr Only Single-Target, dann können wir hier mit Tanzenden Klingen einfach komplett durchgehen. Ansonsten setzen wir hier bei dem einen oder anderen Boss auf Titanische Wut, ansonsten natürlich im Mythic-Plus-Content ebenfalls. Genau, hier müssen wir dann nochmal gucken, wird es dann nun kalter Stahl, heißes Blut, ich gehe aber mal davon aus, dass es das wird, weil wir weiterhin wahrscheinlich auch hier mit Donnern im Gebrüll spielen werden und Brut des Blutes sorgt einfach nochmal dafür, natürlich, dass Odin-Zorn, Donnern ist, Gebrüll und Klaffende Wunde nochmal den Blutungsstand um 20% erhöht, daher gehe ich schon davon aus, dass wir hier bleiben werden, auch wenn vielleicht kalter Stahl, heißes Blut nicht ganz so stark wird, aber alleine Brut des Blutes sorgt natürlich schon für einen relativ starken Damage-Pump, was einfach Odin-Zorn angeht und natürlich was auch hier Donnern ist, Gebrüll im späteren Verlauf angeht, aber dazu werden wir uns dann mit 10.2, wenn sich da groß was ändert, natürlich einen Furorkrieger-Guide raushauen, in alter, guter Brocken-Manier. Ansonsten werden wir hier bei dem Avatar, werden wir dann hier auch Qualität Titan mit reinpacken, bei der Aktivierung von Avatar wird Odin-Zorn eingesetzt und bei Aktivierung von Odin-Zorn wird Avatar mit verringerter Effektivität eingesetzt. Ansonsten beim Waffenkrieger, ja, da wird sich groß im Ganzen gar nichts ändern, muss man sagen. Da kann man dann mal gucken, welches Bild man denn spielt. Aktuell habe ich das Bild zum Beispiel relativ viel in dem Plus, auch gespielt, ist eigentlich sehr stark, liegt hier im Single-Target vorne. Aber wir können uns wahrscheinlich auch dann wieder vorstellen, dass wir ganz normal so quasi hier spielen werden und dann hier drüben quasi mit Qual des Klingmeisters wieder, dass wir einfach so einen Double-Blade-Storm haben. Ich denke mal so, das werden die weiterhin gängigen Bild sein. Das hier wollen wir ja auf jeden Fall noch mitnehmen, Donnerknall und Blut und Donner wollen wir auf jeden Fall auch noch mitnehmen, weil gerade wenn wir den Donnerknall dann ja machen, dass wir dann auf fünf Ziele unser Verbund machen. Das durch den Zweier-Set-Bonus ist natürlich dann mit 30% mehr Damage natürlich schon ordentlich. Da müssen wir nochmal ein bisschen gucken, welches Bild wirkt da wie wo rausstechen. Aber ich denke mal, gerade beim Waffenkrieger wird sich da nichts groß dran erinnern. Wir bleiben im gleichen Single-Target-Bild für Raid, im gleichen Single-Target-Bild für Plus und auch im gleichen Max-Au-E-Pump-Bild auch ebenfalls für Plus mit dem Bladestorm auf alle Fälle. Beim Furoorkrieger, wie gesagt, da werde ich ein Auge drauf haben, da werden wir auch ein bisschen gucken. Bei Zeiten dann auch mal das eine oder andere machen. Jetzt ist gerade die Woche sind auch die Mythic-Plus-Dungeons auf dem PTR offen. Vielleicht werde ich mir auch mal alles einstellen, meine T's jetzt mal holen. Dies und das und auch mal so ein bisschen natürlich alles ausgiebig und richtig unter die Lupe nehmen. Das Ganze werden wir dann aber im Livestream auf Twitch machen. Wer da dann auch mal dabei sein möchte oder allgemein einfach gerne auf Twitch sein möchte und mich da als Support möchte, kann dieses gerne mit einem Follower tun, wenn ihr das möchtet. Dafür müsst ihr nicht viel machen. Der Link zu meinem Kanal befindet sich unten in der Videobeschreibung. Ansonsten haben wir das mal so angeguckt. Ich würde sagen, der Furoorkrieger wird hier wahrscheinlich wieder eine etwas längere Nase haben als der Waffenkrieger. Aber das Ganze, wie gesagt, werden wir natürlich hier einmal auf dem PTR nochmal prüfen und selber auch spielen dann. Aber man muss natürlich auch sagen, der PTR ist natürlich noch keine Final-Version. Wir können zum aktuellen Zeitpunkt hier noch gar nicht sagen, werden noch Änderungen überhaupt kommen. Es kann jederzeit sein, dass Blizzard sagt, das ist beim Furoorkrieger zu stark oder beim Waffenkrieger zu schwach oder umgekehrt irgendwas zu stark und zu schwach, dass es da noch Änderungen gibt. Zum aktuellen Zeitpunkt kann man auf jeden Fall sagen, wir als Krieger, DD zumindest, schneiden wir relativ schlecht ab. Unsere T-Sets sind beide B-Rank kategorisiert. Das heißt, wir sind weder S noch A. Wir sind hier schon relativ wieder so ein bisschen niedriger. Andere Klassen und andere Specs haben hier auf jeden Fall schon die Nase etwas weiter vorne. Aber ansonsten warten wir einfach mal ab, wie sich das Ganze jetzt hier auf dem PTR auf jeden Fall entwickelt. Und dann, wenn Blizzard den 10.2-Patch als Final-Version lockt, dann sollten wir nochmal reingucken, wurden noch Änderungen am T-Set vorgenommen oder nicht. Weiterher müssen wir natürlich auch noch dazu sagen, auch wenn hier und da natürlich noch die ein oder anderen Änderungen auch an unserem T-Set vorgenommen werden, über den aktuellen Raid-Content zu 10.2 können wir eine legendäre Axt uns freispielen. Dafür müssen wir dann den End-Boss legen. Da droppt dann eine Quest-Reihe, die kann halt droppen. Das ist nicht so, wir legen den und droppen. Kann auch sein, dass man den 10 mal, 20 mal legt und erst droppt. Ein anderer legt ihn halt einmal und bekommt diese Quest-Reihe. Okay, damit können wir uns dann eine legendäre Waffe craften über den späteren Verlauf. Die soll sowas ungefähr, also was ähnliches sein wie die Gavel, also wie die Waffe vom Kerkermeister. So in die Richtung hat man das so irgendwie rausgehört, dass man dort auch wieder sowas wie eine Seele vielleicht sammeln soll und dann halt einen bestimmten Bonus-Effekt quasi bekommt, der dann entweder für Single-Target, für AOE-Pump einfach enorm mächtig sein kann. Das Ganze kann natürlich hier den Krieger auch nochmal allgemein ein bisschen stärker machen. Da muss man dann natürlich gucken, werden die Leute darauf anspringen und sagen, ja, wir nehmen den Krieger mit, wenn er die Legi-Waffe hat. Oder wird es eher so sein, dass sie dann sagen, egal ob er die Legi-Waffe hat oder nicht, Meta wird er trotzdem nicht. Das müssen wir natürlich dann erstmal abwarten, bis die ersten Leute so ihre Legi-Waffen haben. Und dann mal gucken, wie sich das Ganze mit dem Machtverhältnis dann quasi ausspielt. Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir da relativ schlechte Karten einfach im aktuellen Patch, um überhaupt noch Gies laufen zu können. Aber da wollen wir natürlich mal gucken, ob es dann zur dritten Season nun besser wird. Und ansonsten auf jeden Fall, wenn dieses kurze Informationsvideo euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Da ihr wisst, meine Freunde, Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schirmchen und bringt diesen Kanal natürlich voran. Ansonsten könnt ihr oben rechts gerne auf kostenloser, freier Basis ein Abo dalassen. Dann werdet ihr immer darüber informiert, wenn ein neues Video auf meinem Kanal erscheint. Macht ihr die Glocke an, geht das Ganze noch schneller. Möchtet ihr mir Fragen stellen, könnt ihr natürlich auch gerne die Kommentarfunktion unten im Video benutzen. Ihr könnt natürlich auch gerne unter Brock auf Brocken88 auf Twitch gerne vorbeischauen, ein Follower dalassen, dem Livestream beiwohnen. Wie gesagt, bin eigentlich fast täglich auch live für mehrere Stunden, um dort auch auf alle Fragen einzugehen und alles ordentlich zu erklären. Auf alle Fälle meine Community mag es und ihr kennt mich ja auch, die meisten zumindest schon. Ansonsten bleibt alle gesund, bleibt alle munter. Vielen, vielen Dank für eure Liebe und euren Support natürlich hier auf diesem Kanal und natürlich auch an alle, die schon auf Twitch viel, viel Support und Liebe dalassen. Bleibt alle gesund, bleibt alle munter und wir hören und sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus, euer Brocken. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus.